Oh nein, ich hab, Moment, ich hab's aus der Seine runtergepackt. Warum ist das manchmal E und manchmal C? Oh. Okay. Ja, also, das Ding festhalten ist E, reinlegen ist immer C. Los! Es sieht nicht so gesund aus. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich hab ein bisschen einen Unfall gebaut. Oh, sie fallen unten. Können wir uns da nicht selber dran verletzen? Ich hoffe immer nicht. Ansonsten werde ich, glaub ich, sehr oft daran sterben. Immerhin. Sehr schön, sehr schön. Ich bin da, ja. Ich versuche hier den Kahn wieder. Aris, bist du noch da? Was ist denn? Ja, ich hab den anderen leider auch grad umgedreht. Na, shit. Äh, das Problem ist jetzt, ist hier ne Tür. Vor allem ist das nicht ne, das ist gar keine Tür, die man verschließen kann, ne? Man konnte doch auch... Egal. Wurde schon gehen. Ist es mir nicht egal, wo man diese Hasenfallen hinpackt? Also, oder macht's mehr Sinn, die weiter in den Wald reinzubauen, dass irgendwie hier kaum was kommt, wenn wir hier rumlaufen? Oh, das weiß ich gar nicht. Oh, ich bin einfach außenrum gefahren. Okay. Oh shit, da steht ja noch ein Wagen. Ich finde, die kann man nicht abhauen. Das ist natürlich schwierig. Das geht natürlich auch. Das ist natürlich geil, dass die Treppe hier, der Freiraum neben der Treppe fungiert schön als Sammelstelle, falls da mal irgendwie ne eingebaut ist. Wenn ein geborener runterfällt oder so, der kommt dann nicht mehr hoch. Dann können wir wissenschaftliche Versuche an ihm vornehmen. Oh. 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 Okay, also wir müssen das jetzt auch nicht alles abschließen, wir müssen jetzt nicht noch 60 Baumstämme oder so holen, aber vielleicht hier diese Abwehranlagen noch fertig machen. Ich höre es auch schon wieder mit Brüdern. Die sind unterwegs. So, nein, verdammt. Okay. Ist der voll oder kann da noch was drauf? So. Dann trank ich dich. Ja. Ich glaube der ist voll. Okay. 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 Zack, 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 zack. Nice. Habe ich eine Steam Overlay jetzt hier mit drin? Ist das eine Bildschirmaufnahme? Ne. Komisch. So. Das wird doch langsam. Ja. Ja. Ich würde sagen wir können ja dann auch mal direkt diese Höhle untersuchen, die Lucy gefunden hatte. War beim Dorf, ne? Noch Fleisch haben wir jetzt erstmal. Oh. Das klingt nach Besuch. Das klingt nach Besuch. Mit. Okay. Da wie die am Keuchen sind immer wenn die außer Atem sind Wie viel fehlt denn noch? Also insgesamt 37 Bauchfälle rum, weiß aber nicht wie viel jetzt die Verteidigungsanlage Oh, da ist wieder ein Bruder Bekehre ihn Liegst du denn ein bisschen an? Mhm, machen wir, stehen die wieder auf Oh, ich glaub Der ist, ich glaub der ist durch Ufff, ufff Ufff Hmhm Satteln Ich glaube, ich muss mir für nächstes Mal E und C auf meine Maustasten legen, auf meine zusätzlichen Maustasten, dann kann ich die einfach mit dem Daumen so drücken. Was macht man auf C? Ähm, also Sachen weglegen, also hierzu mit den Baumstämme in den Faramälen. Oh Gott, okay, die Steuerung von dem Karren ist gewinnungsbedürftig. Vielleicht sogar noch voll. Das wär ja Träumiger. Ja, bisschen klobig, ne? 20 Baumstämme, easy, kriegen wir das noch hin. Wie das aussieht, der eine Baumstämme, der andere. Mit ner Leiche über der Schulter, ein Traum. So stell ich mir Urlaub vor. Der Timmy kommt schon alleine, klar. Timmy! Okay, die Fallen hier sind fällig. Nice, noch 10 Baumstämme. Sehr schön macht eure Schläuche voll, Freunde. Altes Wandertag. Ist auch geil hier zu zweit einfach fällen. Geht natürlich auch. Nein, nach da! Achso, die müssen ja jetzt runter. Oh. Schön, dass du das gehört. Wo ist er? Da. Oh, das sind schon die Großen. Hier sieht's krass aus. So. Oha. Daumen. Kommt ihr zurecht? Also die Grauen sind böser als die anderen. Nehme ich mal an. Okay. Einfach in Bezug auf die Regen, okay? Innenschleisch ist besonders doch. Oh, länger. Oh. 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 Ja, wir sind so. Wie sieht's aus bei euch? Fühlt ihr euch bereit? Ja, Vorbereitung ist alles, ne? Schön Schläuche auffüllen, das ganze Fleisch einpacken. Nee. Ich könnte bisher nur die Keule verbessern. Kann man den Speer eigentlich auch mit 10 verbessern? Okay. Ja, darum hatte ich gefragt, aber nach dem Beutel. Aber ich konnte bisher halt nicht bauen. Aber man kann sie noch mit Beeren vergiften, das ist ja krass. Oder? Ah. Ah, okay. Okay. Was? Hä? Wieso klebt denn hier jetzt nichts? Ja. Aber das ist cool, wenn das wirklich geht mit der Seilrutsche, das wäre schon sick. Okay. Die Fenster und die Türen und so, die klippen hier nicht ran. Ich verstehe nicht wieso. Ah, okay, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ja, da musst du auf die Wand halten und R drücken. Ah, okay. Die Tür konnte man absperren. So, der ist voll. Nehmt euch getrocknetes Fleisch, Freunde. Und vielleicht hier auch noch ein paar Snacks mitnehmen. Und bisschen Medizin. Okay. Da hinten steigt der Mond auf, voll schön. Ähm. Mhm. Also, im Prinzip können wir ja auch nachts in die Höhle gehen, das spielt ja keine Rolle. Da ist ja immer gleich hell oder dunkel, besser gesagt. Jemand hat hier grad ein Stück Fleisch rumgeschmissen. Ja. Äh, Tag oder Nacht? Ist das noch gut? Egal. Wir können gern jetzt schnell. Ne, in die Höhle. Sonst können wir nicht nochmal zu viel essen. Schlafen oder? Okay. Darm, Darmladung. Ja, von mir aus können wir machen. Oh ja, gut. Oh ja. Ja. Okay, na dann. Ach so, ich speicher vielleicht nochmal schnell, zur Sicherheit. So. So. Ja, von mir aus können wir los. Dann geht's schränk. Dann... Meine Blase. Mein Darm ist fast voll, aber meine maximale Ausdauer ist voll weit unten. Fungisch. Ist auch voll. Oh, da ist wieder eine. Eine Blase ist voll. Zwei. Sehr komisch. Oh Gott. Jetzt wird's... Jetzt wird's kalt. Oh ja. Okay. Ja, boah. Schönen die Höhle. Ja, schön hier geben. Ich hab schon ziemlich weiß um mich rum. Ja, in diesem Dorf. Also im Dorf ist die direkt. In Düsseldorf. Äh, zum Dorf. Da war die, ne? Richtung Dorf, glaub ich. Ich müsste nur noch das Dorf sehen. Das war irgendwo in die Richtung. In Düsseldorf. Äh, zum Dorf. Da gibt's viele Höhlen. Also zur Not können wir auch schnell noch ein, äh... Dynalit. Eine Feuerstelle bauen. Aber hier ist schon das Dorf. Sehr schön. Seil hab ich ja noch voll. Seil, Seil, Seil. Ja, die ist... Da, wenn man jetzt noch irgendwas hier sehen soll. So, wo war denn die... Oh, da sind Basen. Ja, vielleicht sind wir irgendwie nicht ganz richtig gelaufen. Oh, hier ist ja schon dann die Klippe, also... Warte, ich baue mal schnell so ein, so ein Lagerfeuer. So eine einfache... Ich glaube, das Dorf war weiter links. Oh, zwei Stöcker, come on! Ja, hier sind ganz viele Hasen, ich krieg's hier einfach nicht. Ui! Boah, ist der schnell! Ihr könnt euch gerne hier nochmal wärmen, wenn ihr möchtet. Hier ist Aris, ach da. Ja. Gibt's doch gar keine Orientierung. Gibt's doch gar keine Orientierung. Gibt's doch gar keine Orientierung. Oh! Oh! Okay, hi! Hm... Er ist einfach ungefähr... Wir haben einen Sperrwurf. Wir haben einen Sperrwurf. Oh! Wo ist er? Ist er? Ist er ein Sperr? Oh! Oh! Oh no! Hier liegt ein Sperr! Hier! Nee! Ich seh halt nichts irgendwie. Also es war doch so in die Richtung. Okay! Also dann hier ist es anscheinend nicht. Das muss ja Katzen irgendwo hier sein! Oh Gott, hier sind... Hä? Echt? Hier ist überall Klippe. Nee, ich glaub das war genau die Gegengesetzte Richtung. Fällt mir grad ein. Ja, aber das ist ja immer... Also da sind ich ja schon ein paar mal hingegangen. Nee! Nee, 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 links nur nach der Treppe ist auf keinen Fall. Ja, wir sind ja so... Wir sind ja die Treppe hoch und dann rechts. Das ist schon nach rechts. Wir sind glaub ich nur zu weit rechts in der Klippe lang. Aber ich glaub es war links. Was? Also links nicht. Ich war schon ein paar mal im Doppel. Immer die Treppe hoch und dann nach rechts in den Wald. Nie nach links. Seid das anderen Dorf. Nicht? Aber links war ich nämlich noch nie. Das müsste hier vorne ist. Oh, hier sind aber ganz hoch. Gott, sind da viele... Oh, hier ist ja Wasser. Was ist? Hier sind echt viele Leute, ne? Ja. Ich werde das Dorf jetzt nicht finden. Oh Gott. Mein Charakter fiert auch schon wieder. Ja. Ich geh mit meiner Latte her. Aber hier ist wirklich... Geil. Alter, sind das viele? Oh Gott, sind das viele. Oh, Bro, ich will deine Taschenlampe. Was hast du denn da? Oh Gott. Okay, ist egal. Oh, wir sind ja noch zu zweit weggekommen. Oh nein. Oh nein. Ich habe einen Molotow-Cocktail-Sperr gebaut. Was? Nee, nee. Ich brauche mir gerade noch Rüstung aus den Knochen. Dann komme ich mal wieder zurück. Da sind nämlich ein paar Fehler. Ist alles raus? Shit, ich habe meinen Speer verloren. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Wollen wir vielleicht doch schlafen gehen? Oh! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kann mal einer was tun? Ich muss gerade... mich heilen. Oh Gott. Okay, lass bitte das am Tag machen. Lass das bitte am Tag machen. Ja, da steht wieder noch einer rum. Oh. Der eine trägt Feuer. Okay. Wirft der gleich was auf uns? Ja. Ja. Shit. Oh, der wirft... Ich kann ja sowas viele. Der wirft, ähm... Oh, der... Ja. Ach du Sche... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh shit. Oh shit. Ich glaube du hast mein... Ich glaube du hast mein Speer eingesammelt. Wo? Ich glaube ich habe alles. Ich glaube ich habe alles eingesammelt. Oh du Scheiße. Okay. Rückzug! Ja, ich glaube hier sind ein paar viele. Ich kann halt nicht mehr rennen. Ich? Ich habe keine Ausdauer mehr. Achso. Flieht ihr Narren! Alter, was schießt ihr denn da durch die Bäume? Das gibt es ja gar nicht. Sie halten nichts mehr. In der Zeit, wo wir hier ein bisschen Holz aneinander geklatscht haben, haben die hier richtig... Der Feuertyp ist tot. Alter, wie die Bäume... Oh Gott, oh Gott. Was ist mit ihm hier los? Okay, einfach Richtung... Richtung Haus. Einfach Richtung Haus. Oh Gott. Ohhhh. 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 Ah, das kommst du klar? Der sichert unseren Rückzug. Ich sitze ganz alleine. Ahhhh. Er kämpft gegen alle. Oh, 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 oh. Genau, damit wir überleben. Ah, das ist es nicht. Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab einen Speer. Das war ja super aus. Okay. Also ich hab nur gesehen, der lag vor einem von euch und ist dann wo schon unten. Also ich hab nur einen. Ich hab meinen aber auch noch nie geworfen jetzt. Heute in der Aufnahme. Kann man zwei tragen? Wenn ja, dann seh ich den zweiten irgendwo. Ja. Hast du zwei? Oh lol. Ich kann meine... Sperer. Zwei, was? Ne, ich hab meinen leider auch verloren. Was hat der Sperer? Knochenstoff. Der gute alte Knochenstoff. Scheiß, wir brauchen Knochen. Freunde. Ich mach mal hier das Feuer wieder an. Oh Mann. So. Ja. Aber geil ist wirklich, dass die hier nicht runter kommen, ne? Also... Ich glaub das war schon ein ganz guter Spot hier. So, verbrennt jetzt schneller, Mensch. Ja, ich glaub das war. Ich war davon auch schon wieder die Hälfte weg. Dank den Dudes. Wir sind da rausgeschluckt. Ja. Okay. Such mal nochmal. Hier. Ähm, ich hab keine... Oh, ne, ist leer. Habt ihr zufällig noch einen Knochen, dass ich mir einen verbesserten Sperr machen kann? Ich hab noch Schäde. Sind da noch welche drin? Was? Ja. Also jetzt nochmal los oder nochmal pennen? Damit wir was sehen. Egal, ich hab Pfeil und Bogen. Das geht schon. Okay. So, dann. Oh Mann. Nochmal losgehen, Freunde. Das war ja so schön. Ne, lass mal schlafen gehen. Ich speicher nochmal. Du brennst. Wenn's Tag ist. So, jetzt wird's Tag. Jetzt ist es hell. Hä? Okay, gehen wir. Hä, ist es? Hä? Naja, stimmt. Ne, ne, aber... Wird's nicht hell? Wird's wirklich langsam her. Äh, wann? Ich glaube... Ah, du merkst, Ares ist furchtlos, ne? Ich bin, ich bin unsicher. Hast du zum... Ah, ja doch. Ich hab irgendwie in den Wald vorgeguckt. Doch, es wird hell. Also wenn du zum Wasser guckst... Ja, dann. So, zack. Gespeichert. Okay, let's go. Hm, ne, ich komm. Baust du noch was schönes, Ares? Okay. Wo sind die denn jetzt hier schon wieder überall? Junge, da ist das Dorf und die hängen da schon wieder ab, ey. Wie viele sind denn da schon wieder? Ja, der ist hier links, wo die rumlaufen. Okay, schnell zum Höhleneingang. Ich glaub, die kommen nicht mit. Ja. Oh, na prima. Wieso geh ich denn als erstes da runter? Na, Abflug. Auf Licht. Und auf geht's in die Höhle! Oh. Ach, war der nicht hinter uns? Oh, die Knochen. Na doch, doch. Ähm, leck, leck, leck. Okay, ich würd sagen, wir warten mal noch auf Ares. Okay, hier sieht's ja einladen aus. Oh. Leck, 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 leck. Yeld, wir sind reich, Freunde! Ey, der verdammte... Warum ist denn das, äh, Steam Overlay zu sehen? Ich hab... Obwohl ich die Spielaufnahme hab in der B.S. Na, ne, muss ich eben looten, looten, und ich denke... Oh, hier ist irgendein Hinweis oder so. Lucy, wirf doch mal einen Blick da drauf. Oh. Ein... Haben wir da grad ne Map eingesammelt? Und ein Kompass, das ist ja nice. Oh, okay. Oh, nein, die Schreckart. Was ist das denn da mit... ganz unten rechts sind die glaube ich ich denke ich kann nicht anzünden ich glaube die wasser hier wasser das wasser ja ich glaube es hat aufgehört oder ich schreien falls nicht mehr liegt so viel zeit hier ist eine nachricht die habe ich noch gesehen erst in china leiden und dann kimi nachricht von meinem themi oder im ausgang sind so viele die sind oben ich habe jetzt die sprühdose also okay okay wo war die war die da in den sachen die lag ja genau mit dem feuerzeug kannst du dann so weil wir hier so auf einem raum sind sollten vielleicht nicht alle rum sprühen ich glaube ich nehme ein keuler okay gucken wir mal nicht let's go okay ok ok